Einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Ich möchte dir einen kurzen Sonntagsimpuls geben. Schenken kann man nicht sagen, wer weiß, ob es das wird. Also, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass du das erkennst, dass du das wirklich siehst. Andere Menschen, andere Situationen haben keine Macht mehr über dich. In Network Marketing war es in den letzten Jahren sehr, sehr oft so. Es gab diese Gatekeeper. Wenn du dich mit einem nicht verstanden hast, du kamst nicht weiter. Und noch immer versuchen, diese Leute am alten System festzuhalten. Aber ich sage dir, du bist wirklich frei. Du hast absolute Freiheit. Erst jetzt im Network Marketing. Warum ist das? Weil wir einfach durch Facebook die Möglichkeit haben, dass wir unabhängig arbeiten. Du kannst Leute blockieren. Du kannst sagen, okay, ich will mit meiner Abplanung nicht arbeiten und ich will mit dem nicht arbeiten. Kein Problem. Und du kommst trotzdem weiter. Das heißt, niemand hat Macht über dich. Niemand hat Zugriff auf dich. Niemand kann bestimmen, was du machst, mit wem du das tust, wann du das tust. Deswegen sei dir dieser Freiheit bewusst. Sei dir wirklich bewusst heute. Mach die Augen zu. Sei dir dieser Freiheit bewusst und handle auch so. Weil du hast dein Leben in Freiheit verdient. Du hast es wirklich verdient, viel Geld zu haben. Mit viel Geld kannst du viel Gutes tun. Mit viel Geld hast du viel Wahlmöglichkeiten. Mit viel Zeit für dich, für deine Kinder, für den Mann, für deine Frau kannst du wirklich Wunderbares tun. Und es geht um diese innerliche Freiheit. Und die hast du. Niemand hat mehr Macht über dich. Das ist so wichtig zu wissen. Früher war das mal im alten System. Im neuen System gibt es das nicht mehr. Das ist gestorben. Das ist weg. Das ist vorbei. Deswegen vielleicht auch mach es so, dass du es auch aufschreibst auf einem Zettel. Verbrenn den Zettel. So wie es eine Spikinar-Kundin von mir gemacht hat, die sehr, sehr viel Erfolg hat. Und mach es. Wichtig ist heute, wirklich heute am Sonntag, 2.7.2023, das zu inhalieren, das zu begreifen. Ich bin frei. Niemand hat die Macht über mich. Ich kann es schaffen. Und eines ist noch wichtig. Den Rucksack, den du hast, den haben andere dir auferlegt. Nimm diesen Rucksack runter. Du brauchst diesen Rucksack nicht mehr tragen. Es ist nicht deine Schuld, auch wenn du die letzten Jahre nicht erfolgreich warst. Es ist nicht deine Schuld. Wir haben zwei Faktoren. Das eine ist, in den letzten Jahren wurde dir eingeredet, du sollst nach dem alten System arbeiten. Ja, und du hast es gemacht. Du bist fleißig. Du bist pflichtbewusst. Das zeichnet dich aus. Das ist eine wunderbare Gabe, eine wunderbare Sache, die du da machst. Aber das musst du nicht mehr. Das sollst du nicht mehr machen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, das zu verstehen. Und die zweite Sache, ich habe sie vergessen. Ich habe mir heute nichts aufgeschrieben, aber ich glaube, ich wollte es sagen. Sorry, ich habe es vergessen. Ja, ich muss es sagen, ich habe es vergessen. Die zweite Sache, ja genau, das ist es. Wir haben früher diese Möglichkeiten nicht gehabt. Das heißt, du konntest früher diesen Erfolg auf diese Art und Weise nicht haben. Wir hatten früher die Möglichkeiten nicht wie jetzt. Wir hatten früher die Möglichkeiten nicht, dass wir einfach nur, wenn wir unsere Facebook-Gruppe optimieren, dass wir 24-7 wirklich neue Kontakte bekommen. Das hatten wir nicht. Wir hatten nicht diese Möglichkeiten. Wir hatten auch nicht die Möglichkeit, wenn wir keine Follower hatten oder keine Freunde, wenn wir von null starten, Anfänger sind, konnten wir früher auf Social Media, auf Facebook so ein Business nicht aufbauen. Wir mussten uns Freunde aufbauen. Wir mussten uns Follower aufbauen. Das war so. Aber das war, bitte Betonung auf Vergangenheit. Und jetzt ist dieser Game Changer. Wenn du null Freunde hast auf Facebook, dein Facebook-Konto jetzt eröffnest und du machst ein richtiges Text-Posting, es muss gar kein Video, kein Reel sein und du weißt, wie du es richtig machst, die Relevanzkriterien, die ich im Speedy Nah lehre, dann wird dein Posting genommen von Facebook und anderen gezeigt. Das ist das, was Facebook neu ist. Das ist auch auf Instagram so. Das ist die sogenannte Discovery Engine. Und bitte, bitte verstehe das. Ich höre nicht auf, dir das zu sagen, weil es deine neue Freiheit ist. Du kannst im Network Marketing deine Ziele erreichen. Ich gehe noch ein Stück weiter. Du wirst noch viel mehr erreichen. Und es ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, zu sagen, okay, die Welt hat sich geändert. Die Spielregeln sind andere. Ich habe neue Chancen. Ich sollte auch meine Ziele höher schrauben. Wirklich. Bitte mach das. Dein Willi. Schönen Sonntag. Rock it. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.